Hallo und herzlich willkommen zurück zur 13. Folge von Alien Isolation. Ich hänge immer noch mutig in der Ecke rum. Und ich trau mich hier irgendwie nicht raus. Okay, der Android kommt zurück. Und ich kann hier jetzt auch nicht so wirklich weg, weil das komische Vieh da oben im Schacht hängt. Theoretisch könnte man eigentlich auch, glaube ich, mehr mit der Verkabelung machen. Ich glaube, da vorne ist noch eine Verkabelung, oder? Damit kann man die bestimmt auch irgendwie alle ablenken. Aber ich habe irgendwie Schiss, dass ich die irgendwie falsch ablenke. Oder keine Ahnung, dass die dann in meine Richtung herkommen. Bei meinem Glück. Guck nicht so doof. Hat er mich jetzt gesehen? Nee. Scheiße. Ich kann jetzt auch nicht dran vorbei. Ich kann erst los, wenn der wieder losgeht. Und dann kann ich gucken, ob das Vieh da oben noch hängt. Ja, und wenn es da oben hängt, dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Dann weiß ich auch nicht. Was? Okay. Der Subber ist nicht mehr da. Ich muss jetzt warten, bis er zurückgegangen ist. Nicht in die Richtung gehen, du Vogel. Oh Gott. Du kommst jetzt nicht hier runter, oder? Kann er den nicht fressen? Kann er dich jetzt da oben drüber hängen und den mitnehmen? Ach. Oh. Oh oh. Oh oh. Zusammenarbeit für eine sichere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Okay, kein Subber. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. wir irgendwas? Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, ähm, Kollege? Scheiße. Ich gucke mal, ob ich hier weiterkomme. Da steht irgendwas genau vor mir. Oh nein. Nein, der hat mich gesehen. Scheiße. Ah, Alter. Habe ich mich erschrocken. Lauf, 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 lauf. Oh, oh, nicht der. Habe ich mich... Verdammt. Lauf. Zum Aufzug. Ja, nicht rennen. Mache ich nicht. Tür zu. Habe ich mich erschrocken. Ich habe aber gar nicht gesehen, wie der Typ mich da oben beobachtet hat. Ich habe überhaupt nicht auf die Augen geachtet. Ich habe gedacht, ich bin da irgendwo sicher und oh Gott, der kann mich nicht sehen. Nee, ne? Ähm. Ne, Leute, mach doch keinen Scheiß. Bitte, lass mich da einmal in Ruhe. Oh Gott. Kann ich einfach durchrennen? Kann ich irgendwo speichern? Wie, der ist hinter mir. Der läuft hier oben lang. Der läuft hier oben. Sag mal, der kann doch nicht überall sein, wo ich auch bin, oder? Ich würde die Folgen ja gerne länger machen, aber dann kommt nur sehr seltene Folge. Deshalb muss ich nach 20 Minuten ungefähr Schluss machen. Scheiße. Oh. Der kann hier überall sein. Nee, das ist nix, ne? Ich weiß nicht. Der läuft genau hier oben drüber rum. Boah. Okay. Wir haben nirgendwo gespeichert. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich am Arsch. Ich muss hier wohl raus, oder? Der Punkt ist weiter weg. Kann ich Hilfe umgehen? Okay. Okay, einfach laufen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen. Laufen, laufen. Tür auf. Verstecken. 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 Okay, speichern. Komm, tu rein. Boah. Speichern. Ich will hoffen, dass ich hier richtig bin. Ich bin jetzt einfach hergelaufen. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und wer ist denn da drin? Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Support-Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Hä? Hä? Guck nicht so. He, 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 he. Wo muss ich hin? Moment. Was soll ich machen? Befinden sich in der... Das kann nur die Gondel sein. Wie fährt hier los? Tschüss. Sie sollten hier nicht sein. Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Sieh, folge bald um. Hier ist das Spiel bald um. Bitte. Also hier ist ein bisschen realistisch sein, ne? Guck mal, wie weit ich jetzt gerade fahre. Und der wird jetzt nicht hier auch sein, ne? Also der wird sich da vorne ja irgendwo erstmal beschäftigen. Was steht denn jetzt da rum? Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetix. Ähm. Kann ich irgendwie aufstehen? Achso. Ich glaube, es sind die beiden. Ähm. Okay. Replay? Replay? Ist das Replay? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was ich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese... Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung abholos abgeschaltet. Ja, toll. Das ist doch mal ein schönes Deaktivierungssystems-Geräusch. Suchen Sie Hilfe für Taylor. Muss ich? Wirklich? Kann ich nicht hier? Wir haben keine Zeit zu verlieren, Replay. Ja, du hast gut Lölln. Du drückst dann deine Hände nur da rum. Wir lassen die Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Nee, nee, nee. Hatte ich nicht vor. Können wir nicht mal tauschen und ich lege mich so lange da hin? Oder so. Hallo. Durchhalten, Taylor. Replay sucht nach Hilfe. Tut sie das? Ja, ja, nein. Ja, natürlich. Ich suche euch Hilfe. Genau. Ich brauche zum Glück keine Hilfe. Ich kann ja speichern. Ich suche euch natürlich Hilfe. Ist doch auch eine gute Idee, hier lang zu gehen und zu gucken, was hier ist. Keep out. Ich glaube, hier an den Dingern kann man die Türen auch verriegeln. Habe ich bis jetzt aber nämlich noch nie gemacht, weil ich da auch nie daran denke. Okay, sieht zumindest ruhig aus. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es hier ruhiger ist, weil ja da vorne die Leute rumliegen. Und wenn das Vieh jetzt hier auftaucht, ist das ja nicht gerade die beste Voraussetzung. Naja, ihr macht das schon. Ihr, naja, ihr wisst schon, was da macht. Also, das ist wirklich mit einer der spannendsten Spiele, die ich hier gespielt habe. Macht hier nur wieder mal Spaß, aber zu viel ist doch zu viel. Okay, eine Karte haben wir. Und Schrott. Jans viel Schrott. Und noch mehr Schrott, dass es das Inventar voll macht. So. Okay, ich muss in den Bereich irgendwie rein. Sieht ja noch machbar aus. Vielleicht sollte ich auch nicht die ganze Zeit schleichen. Andererseits. Hallo. Hallo. Ich brauche Hilfe. Huhu. Na? Ich bin ja schon weg. So. Okay, hier haben wir eine Kamera. Jetzt ist es ja nett. Jetzt kommt wenigstens ein bisschen Sonnenlicht rein. Oh ja. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Hä? Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ja, das ist garantiert keine Falle. Nö, nö. Ach so. Na los. Drücken Sie nicht zu erbuffen. Ich drücke dir gleich auch mal ein bisschen was rum. EMP-Mine. Können wir die Dinger herstellen? Ne, wir brauchen Sensoren. Verdammt. Leuchtfackel können wir keine herstellen. Blendgranaten, Rauchgranaten. Ich weiß ehrlich nicht, ob die überhaupt irgendwas bringen. Hm. Können wir auch nicht mehr herstellen, weil uns die Sensoren fehlen. Alles andere haben wir genug. Moment, die kommen sofort. Ich will mich hier mal kurz umgucken. Ja, guck mich so. Na gut. Zugriff gewährt. Ja, das ist ja nett. Das ist so ein toller Aufzug. So. Ich weiß nicht, das habe ich nicht gelesen, weil drunter schon irgendwas mit Neuverkabelung. Mist. Hallo? Vergessen Sie die Tür. Die Marshalls haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Wie die Tür? Gucken wir das Bild her nur an. Lüftungsschacht. Zumindest ist es hier ruhig. Hier sind ja auch nicht die komischen großen Lüftungsschachtdinger. Schächtelchen. Das ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Ja, und sonst so. Mhm. Na gut. Ja, das ist ja nett. Was ist denn sonst hier drin so? Ist voll gemütlich hier. Was muss ich da runter? Ja, toll. Ja, hier in der Karte. Äh, wo ist der Vogel jetzt? Oh Gott. Schlüsselkarte benötigt. Na, natürlich. Natürlich. Okay, hier gibt es nichts mehr. Ich gucke mich doch gerne mal hier oben. Nur so für eine Minute mal ein bisschen Pause zu bekommen. Äh, sehe ich schon mal besser bei uns? Ja. Okay, hier kann ich mich nur verstecken. Und hier ist die Tür verschlossen. Wir können speichern. Boop, boop, boop. So. Alles klar. Ich bin gewaffnet. Was ist denn das? Ich bin Kuhlmann. Ripley. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir da hin? Wie? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift. Und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja. Ich kann Ihnen Anweisungen von hier ausgeben. Moli oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Äh, Moment. Lingard. So, Moli und Lingard habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Obwohl Moli am wahrscheinlichsten ist. Also machen wir da mal so einen kleinen Strich drunter. Ähm, sondern um noch auf die Frage zurückzukommen. Ähm, wieso kann ich jetzt sehen, dass du nicht mit kannst? So, du siehst noch halbwegs gesund aus. Könnte es mich ja ein bisschen unterstützen, so als Alien-Futter. Toll. Jetzt müssen wir den Kack-Code irgendwo suchen. Kannst du nicht mal ein bisschen durchprobieren? So ein bisschen Wut forßen. Notfallüberbrückung? Ähm, äh, warte. Moment, warte. Hier war das komische Tonbandgerät. Da haben wir ja so ein Tonbandgerät gesehen. Aber was ist hier? Na los. Also, arbeiten wir am besten zusammen, oder? Weiterseitiger Vorteil. Äh, kannst du ja vielleicht ein bisschen leiser reden? Ich guck nicht wieder. Ich will da kurz mal in den einen Untersuchungsraum. Nein. Mach die Tür wieder auf. Hier sieht's ja gemütlich aus, ne? Wo kann der mich überhaupt sehen? Ach, da vorne. Ja, gut. Dann würde ich doch mal sagen, wie irgendwie der Code lautet und wie es weitergeht. Und ob ich den Typ nochmal irgendwann mag. Beziehungsweise das Alien. Das sehen wir alles in der nächsten Folge von Alien Isolation. Also, bis morgen. Das sehen wir mal.